Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief mit einem Garrett, der in einem Gefängnis ist, auf der Suche nach irgendwelchen Spuren von seiner ehemaligen Gefährte, nicht Gefährte, nein Freundin, Kumpanien, was auch immer, Aaron und inmitten eines verlassenen Gefängnisses mit irgendwelchen Zombiefiechern und da gucken wir erstmal, wir haben schon den zweiten Fokuspunkt, ich glaube den haben wir doch, oder? Nein, wir haben nur einen Fokuspunkt, ne, okay, jetzt müssen wir mal gucken, Tarnung, Fähigkeit verborgen zu bleiben, während man Fokus benutzt, behalte den Vorteil der Schatten für eine kurze Zeit, wenn du ins Licht trittst, ich glaube das könnten wir eventuell machen, ja, ich glaube das möchte ich wirklich. Upgrade vollständig, Effizienz wäre, reduziert die Verbrauchsrate von Fokus, Energie leicht, Tempo, beschleunigt eine Aktion, Kampf am Zielen, Scharfsinn, erhöht die Reichweite, Geräusche visuell, okay, gehen wir mal auf Journal schließen und dann müssen wir gucken, es bleibt ja uns nichts anderes übrig, als tatsächlich hier entlang zu gehen und wir, wow, 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 das ist ja mal übelst heftiger, shit, und okay, hier können wir nicht weiter, was uns die Sache ein bisschen erleichtert und ich bin ziemlich angespannt, ich muss es zugeben, ich bin sehr angespannt und, äh, so, wir haben das letzte Mal einen Tod hinnehmen müssen, das heißt, die ganzen Schubladen sind wieder voll so, Nahrung ist natürlich, ebenfalls obwohl Nahrung, ich weiß nicht brauchen wir Nahrung? so, wir müssen jetzt wieder das, äh, das hier lesen, die Aggressionen, ja, ja, lesen wir einfach mal der Vollständigkeit halber, äh, mir ist auch, wenn man das passiert, bla bla bla, okay, das haben wir in der letzten Folge bereits gelesen, und wir sind ganz vorsichtig, die neue Fokus-Sicht, die ist ein bisschen irritierend, muss ich zugeben, ich habe schon einige Kerker gesehen, aber sowas noch nie, ne, ich auch nicht, okay, da müssen wir lang, aber wie kommen wir hier hin? ich möchte ungern, ne, okay, da ist ein Vieh, wir dürfen uns absolut nicht von diesen ekelhaften Viechern beeindrucken lassen, kommen wir denn hier, ich möchte ehrlich gesagt ungern hier rüber springen, okay, dann gucken wir mal, ob wir an der anderen Seite, ob wir hier weiterkommen, hier war ja, ich bin bewusst langsam am Laufen, ah, Moment, wir machen das so, so, das Licht ist an, und ganz genau, das mögen die lieben Leute nicht, wir bleiben zwar nicht verborgen, da oben leuchtet was, wie kommen wir da oben hin? Oh, ganz ehrlich, liebe Leute, ich möchte hier nicht sein, und hier, hey, wir haben Feuerpfeile, ne? Helfen wir? Hilft das? Okay, habe ich hier Explosionspfeile, nein, warte mal, was habe ich denn hier noch? denn, mach nicht an, mach nicht an, nicht an, nein, geht- nein, nein, hier, nicht an, nicht an, nein, nicht an, ja, Alter, ein Licht an. Um Gottes Willen. Das heißt, ich muss immer... So. Du darfst mich nicht hauen, weil es ist hell, es ist hell. Ja, guck. Guck, genau, guck. Okay, unterm Licht bin ich sicher. Und das ist doch krank. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Hier komme ich doch nie im Leben hin. Was habe ich denn hier für Pfeil? Ich sehe das doch nicht. Was ist denn das hier? So, kriege ich dich jetzt eigentlich... Wow. Wow. Die sind cool. Die muss ich haben. Also, beziehungsweise... Okay, das ist gut. Was ist das hier? Okay, haben wir hier noch irgendwo Licht? Nein, aber wir haben dafür Feuer. Naja. Kommst du mal bitte den Fokus aus... Uah. Hier ist Licht, hier ist Licht. Ja, komm. Okay, wir haben hier definitiv eine sehr potente... Es tut mir leid, dass ich jetzt hier nicht wirklich großartig weitermache, aber ganz ehrlich... Mein Leben ist mir einiges wert. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht... Uah. Was ist das hier? Na, komm schon. Eine Spritze. Gut. Gut. Ich muss da hin. Und ich weiß nicht... Ich weiß wirklich nicht... Uah. Das ist so mies. Hab ich hier... Ne, das will ich aber... Uah. Nein, Moment. So, mein Bester. Dich hätten wir? Okay. Wir müssen... Oh Mann. Bitte. Geh es mal im Ernst? Bitte, bitte, bitte. Okay, der ist da. Der könnte mich entdecken. Wie komme ich hier... Uah. Was, was, was? Ich... Uah. Ich denke... Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, ich hätte keine Pfeile mehr. Boah, bitte. Lass mich nicht wieder am Anfang des blöden Gefängnisses starten. Bitte. Bitte, bitte nicht. Bitte. Nein. Das ist doch mega ätzend. Mega. Am wenigsten haben wir jetzt alle... Wieso können wir denn nicht... Ach, das ist doch nervig ohne Ende. Mann, ja. Komm her. Okay, wir müssen ein bisschen beruhsamer vorangehen. Und klar, trotz... Ja, ist mir klar. So, gib das her. So, ein Feuerfall. Den haben wir schon mal. Das nervt mich jetzt wirklich richtig. Das nervt mich wirklich richtig. So, da unten ist ein blödes Vieh. Ja, hu, hu, hu. Böse. Ja, geh weg. Und hier, was ist da? So, das nehmen wir auch nochmal mit. So. Ach man, wieso kann man da nicht speichern? Das nervt mich. Ich will doch nicht immer wieder von vorn anfangen müssen. Das ist doch ätzend. So, gib das her. Den Fokuspunkt haben wir auch nicht setzen können mehr. Mäh. So. Es tut mir leid, äh, langsam. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber irgendwie, äh, lassen sich keine Safepoints mehr setzen. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, du, geh mal weg, du. Du bist ein Sackgesicht. Kann man nicht irgendwie letzten Speicherpunkt laden? Nee. Man kann selbst nicht speichern. So, wir müssen, aha. Okay, und hier? Ach so, hier war das ja mit dem Fokuspunkt. Hä? So ist gut. So, aber leider kriegen wir das hier nicht gespeichert. So, dann müssen wir das. Oh, jetzt bin ich ein bisschen, naja, ich glaube, danach. Es muss doch irgendwie, nää. Ja, Dokument, liest das mal. Mhm, ja. Mhm, 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 mhm. Ähm. Komm, ich will nichts offen haben. Okay, Gefängnisregeln. Jetzt Journal schließen. Warum? Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Kollege, das Einzige, was du musst, ist hier irgendwo speichern können. Das musst du. Das ist wichtig. So. Das ist nervig. Es tut mir leid. Ja, ja, ja. So, Berichtaggression. Okay, schließen. So. So. Vor allem weiß ich nicht. Vor allem, ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich jeden killen kann. So. So, das haben wir. Dann können wir hier wieder einen nehmen. und... Ja, ganz ehrlich, schade. Ich wäre wirklich hier lieber... Aha. Kann ich hier auch hoch? Warum kann ich hier hoch? Sagt ihr mir das mal? Es sieht aber gut aus. Dankeschön. Ähm, hä? Hallo, ich möchte einen Schrank oder irgendwas haben. Ich habe schon einige Kerle gesehen, aber sowas noch nie. Ja, toll. Gut, okay. Wir müssen da lang. und wir haben hier ganz böse... Wenn ich jetzt aufstehe, ja? Hm, nee. Okay, ich sollte aber trotzdem nicht aufstehen, sondern eher ruhig und gesund vorangehen. So, jetzt muss ich... Achso, hier bin ich wieder. Gut, gucken wir mal die Fokuspunkte. Ja? Fokus-Upgrades zwei haben wir jetzt. Wir haben die Tarnung. Ähm... Okay, die schalten wir einmal frei. Ja, schalten wir frei. Scharfschütze. Weiter. So, Scharfschütze. Macht. Erhöht die Sichtweite beim Zoom erheblich. Fokus, ich muss nicht aktiviert sein. Kampf. Einzelne Chance betäubend. Ich glaube, das wirkt bei denen nicht. Wirkt auch nicht. Äh... Agro-Schnürme für sie stehen. Brauchen wir nicht. Fechstück, du wolltest... Das brauchen wir doch alles nicht. Tempo. Beschleunige deine Aktion im Kampf. Beim Zielen und beim Schlösserknacken deutlich. Komm, das machen wir mal. Tempo. Haben wir da schon alles oder was? Nee. Ja. So. Okay, auch das haben wir vollständig. Und jetzt würde ich gerne wieder, ganz ehrlich... Kann ich denn, wenn ich zurückgehe? Das ist ganz blöd. Aber ich wüsste gerne, ob ich dann, wenn ich jetzt... Das wäre Quatsch. Ich will hier nicht mehr. Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen, ganz ehrlich. So. So, mein Kollege. So, dass du dich mir auch sparen können. Hier oben. Wie komme ich hier oben hin? So. So, ich bin hier. Oh, 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 oh. Wow. So, Kollege. Was habe ich denn hier alles? Ich habe hier neun. Wow. Jetzt bin ich selbst geblendet. Ich bin... Hä? Was ist mit dem? Wieso ist denn der... Hä? Wieso? Hä? Ernsthaft? Ne. Ach, komm schon. Du verarscht mich doch. Ach, komm schon. Das kann ich euch doch nicht zeigen. Niemals kann ich euch das... Das ist doch scheiße hoch 10. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich weiß, was ich jetzt mache. Wie ich jetzt speichern kann. Das ist zwar ein bisschen lame. Inschränken kann man speichern. Richtig. So, das wird jetzt richtig arg lame. Aber scheinbar bleibt uns nichts anderes übrig. Ich werde jetzt bis zum Punkt, wo ich... Ich zeige euch das am besten mal. So. Ja, 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 ja. Uh, du bist super mächtig, heftig und so weiter. Verpiesel dich. Ich kann dich nicht leiden. Und deine Mutter ebenfalls nicht. So. Ich muss jetzt improvisieren, weil... Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, immer und immer wieder alles von vorne auf... Ne, alles von hinten aufrollen zu müssen. Sowas richtig. Dazu fehlt mir einfach die Lust. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So schön das Spiel auch ist. Aber das ist wirklich beknackt, warum ich nicht hier irgendwie... einen Zwischenspeicherpunkt habe. Oder warum man hier nicht so zwischenspeichern kann. Das ist... Ne, das muss nicht sein. Nö. Oh, oh, es ist hell. Oh, jeder sieht, wie hässig ich bin. Ich muss schnell weg. So, wir müssen da hin. Und deswegen werden wir hier hingehen. So. Den Fokuspunkt. Jawohl. Das. Und das. Da ist noch eine Nahrung. Die können wir uns später nehmen. So. Fokuspunkte nehmen Upgrades. Das war Tempo. Genau. Freischalten. Ja. So, und... Dankeschön. Und Tarnung. Scharfschütze war... Präzision. Wir machen Tarnung. Okay, freischalten. Ja. Okay, super klasse Sache. So, Journal schließen. So, jetzt gehen wir einfach... dahin, wo es beginnt. Ja. Lesen natürlich wieder diese Drecksdokumente. Weil ich die ganz einfach... Okay, dankeschön. Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ja, die wurde hier wirklich... Genau, hier festgehalten. So, guckt mal hier. Wir haben ein neues Ziel. Aber tatsächlich kein Safe Point. Das ist sowas von mies. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Schließen. Gut. Dankeschön. So, und ich versuche jetzt, wenn wir das jetzt hinter uns haben, dass ich wieder zurückgehe. Hoffentlich finde ich mich da noch zurecht. Damit ich einen Fahrstuhl nach oben fahre. Was ist los? Ich vertraue einfach darauf, dass es funktioniert. Ähm, okay. Wir waren hier. So, ich muss gucken, wo wir lang müssen. Wieder zurück ist nämlich selten... ...etwas, womit ich zurechtkomme. So, und jetzt nehmen wir ganz einfach den Fahrstuhl. Und fahren nach oben. Genau. Wir müssen ja hier das Schloss knacken. So. Und so. So, ich möchte nur... Okay, das geht so nicht hier nicht. Genau. So, und jetzt fahren wir nach oben, liebe Leute. Und, äh, ist das nervig. Es tut mir wirklich leid. Aber, ganz ehrlich, ähm, dann starte ich lieber oben irgendwo im Schrank und muss nur runterfahren. Und kann dann sofort durchpesen. Anstatt, dass ich immer und immer wieder die Dokumente neu lesen muss. Und die Fokuspunkte neu verteilen muss. Und, und, und. Es ist zwar wirklich sehr arg ärgerlich. Aber, ähm, es ist doch schon ziemlich spät. Und ich muss morgen ganz früh raus. Und da habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so die Lust. Ähm. Ach ja, genau. Da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt so die Lust. Ah, hier sind wir wieder. Sehr schön. Gut, dann zeig mal her. Wahrscheinlich werden wir jetzt niedergeknüppelt von irgend so einem Arsch. Huch. So. Hier, soweit ich weiß, ist hier Speicherpunkt. Seht ihr? So. Und ich würde sagen, liebe Leute, das ist doch der perfekte Punkt. Wir sind auch eh an der Zeit. So, ich gehe ins Licht, weil Licht ist gut. Äh, ja. Ab in den Endscreen und, äh, sorry nochmal. Ja, liebe Leute, es tut mir wirklich leid. Big sorry, aber ich weiß mir einfach nicht anders zu helfen. Andauernd nach jedem Tod die ganzen Fokuspunkte neu zu setzen und die ganzen Dokumente neu lesen zu müssen und, und, und. Da gehe ich lieber nach oben, schließe mich in einen Schrank und speichere da mal ab. Und, äh, muss dann nach einem Tod halt nur den Weg nach unten in den Keller nehmen. Aber, da wir jetzt einen Direktzugang haben über den Fahrstuhl, ist das ja eigentlich, ähm, gar nicht mal so schlimm und jedenfalls bei Welten besser als andauernd das Ganze immer wieder von hinten neu aufbauen zu müssen. Und, naja, gut. Wir gucken mal. Die Gegner sind jetzt wieder ein ganz anderes Kaliber. Da müssen wir sehen, wie wir uns da ein bisschen, ähm, geschickter anstellen. Und, naja, okay. War halt eine Fail-Folge. Ich hoffe, ähm, ihr seid trotzdem wieder in der nächsten Folge mit dabei. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Steve. Vielen Dank fürs Einschalten und alles Liebe und alles Gute. Ciao.